Fachbegriffe in unter 120 Sekunden erklärt. Heute Jugendhilfe. Unter der Jugendhilfe fallen alle Leistungen und Aufgaben, welche zugunsten junger Menschen und deren Familien erbracht und wahrgenommen werden. Die Jugendhilfe ist das größte Arbeitsfeld in der sozialen Arbeit. Die Jugendhilfe wird auch als Kinder- und Jugendhilfe bezeichnet. Die Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe werden im SGB VIII, also dem 8. Sozialgesetzbuch, gesetzlich geregelt. Nach § 1 SGB VIII hat jedes Kind ein Recht auf Erziehung. Nach Artikel VI des Grundgesetzes hat der deutsche Staat die Aufgabe, den Schutz vor Vernachlässigung und Verwahrlosung Kinder und Jugendlicher zu gewährleisten. Die Aufgabe der Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche bei ihrem Recht auf positiver Verwirklichung, Förderung und Entwicklung zu unterstützen, sodass sie sich zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit entwickeln können. Als weitere Aufgabe der Jugendhilfe wird der Abbau von Benachteiligungen und die Schaffung und Erhaltung positiver Lebensumstände des Menschen mitsamt seiner Familie beschrieben. Generell haben die Eltern das Recht, aber auch die Pflicht zur Erziehung und Pflege der eigenen Kinder. Der Staat wacht darüber, dass das Recht gewährleistet wird. Es gibt verschiedene Anlauf-, Hilfs- und Unterstützungsangebote der Jugendhilfe. Diese lassen sich grob in drei Varianten einordnen. Der ambulanten, der teilstationären und der stationären Hilfen. Zur ambulanten Hilfe zählt beispielsweise die Erziehungsberatung oder die sozialpädagogische Familienhilfe. Das Kind der Jugendliche bleibt zu Hause wohnen. Fachkräfte unterstützen die Familie im häuslichen Umfeld. Bei der teilstationären Hilfe wohnt das Kind der Jugendliche ebenfalls zu Hause, ist aber tagsüber in Einrichtungen der Jugendhilfe, beispielsweise in einer Tagesgruppe. In der stationären Jugendhilfe wohnt das Kind, der Jugendliche nicht mehr in der Ursprungsfamilie. Die stationäre Jugendhilfe ist so gesehen ein neues Zuhause auf Zeit für das Kind oder den Jugendlichen. Dazu zählen beispielsweise die stationären Kinder- und Jugendeinrichtungen. Dort wohnen mehrere Kinder und Jugendliche zusammen in einem Haus und werden durch sozialpädagogisches Fachpersonal, wie beispielsweise Erzieher und Erzieherinnen, individuell und intensiv gefördert. Eine Rückkehr in die Ursprungsfamilie ist möglich. Es ist aber auch möglich, dass der Jugendliche so lange in der Einrichtung bleibt, bis er selbstständig in eine eigene Wohnung ziehen kann. Auch in dieser Übergangsphase ist die Jugendhilfe zuständig und unterstützt den jungen Erwachsenen.